Das ist, wenn jemand aus einer Fliege einen Elefanten macht. Gott sei Dank bin ich durchgehender Wiener, da haben wir jetzt Glück gehabt. Da wir uns im Vakuum befinden, müsste es eigentlich eine Fallgeschwindigkeit sein. Es müsste eigentlich eine 9,81 mal 10 hoch exponentiell sein. Die ISS umkreist die Erde mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 28.000 km pro Stunde. Ja ist es, weil ein geistlicher Mensch niemals in so einem Weltraumkostüm herumlaufen würde. Super, danke sehr.